Woa 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 In the shadows Wenn gleich aller Ruhm für die Rettung mir zufallen wird, glaubt nicht, dass ihr leer ausgehen werdet. Ihr habt euch hier Bande geschaffen, die ein Leben lang halten werdet. Woa! Doch gar nicht schlecht aus, was wir da machen. Nein? Was ist das? Da oben kommt ein Würfel raus. Daher sag mir mal Bescheid, wenn du drückst. Alles klar. 3, 2, 1, in Drücke! Naja, das hat müssen die Leicht. Dann drücke ich hier heute noch. Und? Ja, ja, drück. 3, 2, 1, drück! Immer noch, nee, ne, ne. Okay. 3, 2, 1, drück! Exit! Tadaaa! Wow! Was? Warum? Wie? Fast geschafft. Enttäuscht mich nicht. Wie? Wie? Wir wenigstens noch auf. Keine Ahnung. Ich glaube, ich bin zu schwer für das Trinken. Ich hatte vielleicht noch Gel an den Füßen. Siehste, meine Form ist etwas aerodynamischer hier, auch wenn ich ein Aiden bin. Hallo! Hm, okay. Ich sehe schon, da darfst du rein. Ich habe schon eine lustige Idee, was wir hier machen können. Bleib mal da oben. Hm, hm. Okay. Ich gehe mal das Portal. Hallo! Hallo! Trenn! Oh ja, das ist geil! Bom, 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 und jetzt geht's hoch. Uh! Oh! Wo bin ich jetzt? Unten. Hatte ich geklappt? Müssen wir gleichzeitig springen? Kann ja nicht. Eigentlich nicht. Was passiert, wenn ich da drauf stehe? Ich glaube, wir müssen doch gleichzeitig springen. Wie könnte man das einrichten, dass... Selbst kannst du dich nicht schleudern. Au! Okay. Moment! Moment mal kurz! Ich mache jetzt ein Portal da hin! Nein, das funktioniert nicht. Schade. Äh? Was tust du? Ich weiß nicht was... Au! Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Was mache ich denn? Geh da hoch! Ich gehe hoch, ja. Bitte, gehen da einfach nicht. Ja. Brennen einfach dagegen. Ich stelle mich jetzt irgendwo hin, wo ich die Dinger sehen kann. Yeah. Glaubt, da sollte noch rotes Gel hin? Glaube ich auch. Oh ja, da sollte ein Zähnchen sein, genau. Okay, und? Das war das falsche Portal. Kommt vor. Juhu. Okay. Ich glaube aber, wir müssen beide hoch. Wieser, du kannst es auch von da machen. Mhm. Du hast noch kein Portal gesetzt, oder? Nein, noch nicht. Ja, warte, aber du kommst da ran. Setz mal ein Portal. Hier schon mal. Dann booste ich mich nämlich selber. Und sobald die Dinger anfangen hochzugehen, also das erste Mal, dann ersetzt du hier dieses Portal. Jawohl. Okay, ich vertraue dir. Da ist irgendwas schief gelaufen, aber frag mich nicht was. Ich will mich selbst auf den Arsch klotzen. Also, Achtung. Das war zu langsam, sorry. Ich bin schon davon ausgegangen, dass ich sterbe. So. Da eins hin, da eins hin. Und rennen um dein Leben, kleines dickes Ding. Und damit haben wir einen Würfel aktiviert. Ja, wunderbar. Warte, komm doch mal. Nee, komm, ich bin raus. Komm raus. Ich bin stolz auf dich. Aber eigentlich wollte ich dich mit der Tür töten. Das geht? Natürlich geht das. Im Koop geht das. Okay. Warte auf Ihren Partner. Habt ihr schon einmal einen Menschen gesehen? Nein. Sie sind genau wie man es sich vorstellt. Übelriechend, widerlich, anstrengend. Manchmal möchten Sie einen auch umgehen. Was auch immer ich gemacht habe, aber ich glaube, es war richtig. Tolle Testsubjekte. Ja, das klingt doch nach Geronimo. Wow. Nein. Das ist total lange geworden. Wenn ihr die Tests nicht bestellt, befreien wir die Menschen nie. Also, einmal da hin. Genau, geh erstmal darüber. Kann ich loslaufen, ohne dass ich... Nein, kannst du nicht. Du machst erstmal da ein Portal. Nein, das wäre blöd. Nein, das wäre schlau. Nein, das wäre blöd. Guck doch mal hier. So, da ist ein Feld. Ja, da musst du das im Flug machen. Äh, okay. Ich muss nämlich, aber erstmal muss ich hier mein Portal wegmachen. Ja. Siehst du, ich habe jetzt nämlich da den Würfel. Du musst nämlich nachher da ein Portal machen und dann eins von den beiden. Dann musst du den Würfel fangen und mit dem Würfel musst du dann die Tür mal da oben weglasern. Ja, ja, noch hast du die Wahl. Soll ich das machen oder will ich das tun? Also, ich weiß nicht, ich habe den Würfel jetzt. Ja, aber du hast ihn jetzt auch gebremst und bist selbst total lahm. Okay. Probier mal mein Glück. Sollte das lustig sein? Also, du bist da drüben. Okay. Ich mach uns einmal da ein Portal hin. Da, ja. Dann machst du, ups, da ein Portal. Knopf drücken und sobald der Würfel durch ist, dann da. Oh, jetzt baumelt der neben mir. Ich muss jetzt im Flug zwei Portale setzen, ernsthaft? Das hast du selber zu probierst. Aber jetzt hängt der Würfel ja an, ne? War von falschen Seite. Egal. Nächster Versuch. Zurückfliegen. Ja, immerhin kommst du wieder zurück. Ist, 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 ist aber egal. Ah! Ne, ist, glaube ich, egal, wer in der Würfel da liegt. Wollt ihr mich testen? Oder warte, weil es noch einfacher. Schießt mir den Würfel durch dieses Ding da hinten entgegen. Durch welches Ding? Das wäre natürlich, äh, ja, wäre eine Möglichkeit. Probieren wir das Ganze doch gleich mal. Dann habe ich aber noch weniger Zeit, die zwei Portale zu sehen. Nee, 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 das ist gut. Dann fliegt mir der Würfel entgegen. Und sobald ich dann fliege und den Würfel fange, das Portal lässt du dann? Machst du eins dahin. Wenn ich dann da durch bin, machst du das andere dahin. Dann habe ich den Würfel und bin oben am Laser. Nein, das war ein bisschen früh. Aber ich habe den Würfel. Warte, ich will mal was probieren. Wenn ich den Würfel hinlegen kann. Nein. Gegele Würfel, egal, bitte, nicht, das Feld kaputt. Nö, ich stand ja da im Feld. Okay. Und daher, mach nochmal das Setup, wie eben. Oh no. Das ist einfach schon mal. Okay. Du bist absolut unfähig. Nee, ich habe, der Würfel geht jetzt doch durchs Feld kaputt. Ich war nur gerade erstaunt, wie du da eben ein Tor weggelasert hast. Ja, darum machen wir das. Und darum sollte das andere Portal sein. Entschuldigung. Okay, jetzt. Ist ja okay, dass du nicht denken willst. Aber dann hören wir nichts hinzu, wenn ich denke. Das wäre ja wohl das Mindeste. Ich weiß nicht, ich würde gleich mein Herz auf den Spielen alleine kochen. Wo bist du? Ach, da bist du. Ich will schon denken, nur denke ich falsch. Ja. Hm, Schnitzel. Ey, das wäre gar nicht so schlecht jetzt zum Ruhe zeigt. Okay. Und ich renne los. Okay. Äh? Ich habe gerade einen Lag. Also, wie soll ich sagen, ein kurzes Standbild hatte ich gerade eben. Okay. So, jetzt aber. Und, halleluja. Das ist das Portal schon wieder fast vergessen. Nein, 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 nein. Ich habe dran gedacht. Ich hatte... Komm nicht an den Laser? Da komm ich nicht an den Laser. Keine Ahnung, aber es sieht lustig aus von hier aus gesehen. Ich kann mich weiter nach vorne trauen eigentlich. Gerade immer das eine Kontakte im Laser. Nur wenn ich perfekt gerade drin bin. Okay, alles gut. Okay, wir brauchen mal den Wirt jetzt noch für irgendwas. Ich muss mal kurz gucken. Weg damit. Ähm. Tschüss. Wo bist du jetzt hin? Mausgang. Verteilst du, strenst uns einfach da rein. Wo rein? Ach so, zu dem Ding, okay. Wow, wow, wow. Leck mich, leck mich. Juhu. Exit. Ich fang nicht, ich fang nicht. Ich fang nicht. Ich fang nicht. Ich fang nicht. Zwei Tests, bis wir bei den Menschen sind. Yay. Seid ihr auch schon so aufgeregt? Absolut. Na. Ja, auf jeden Fall, weil ich lange nicht mehr geraucht habe. Rauchen kann tödlich sein. Mit Blackwing spielen auch. Das ist auf jeden Fall tödlicher als Suran. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine komplimentarie Beleidigung war. Ich auch. Ich weiß, eure elmen entschlammende Taschenrechner, geeignet für sinnliche mathematische Aufgaben und nicht für Tests. Doch wenn wir die Menschen retten können, dann lasse ich euch etwas addieren. Wer weiß, vielleicht sogar subtrahieren. Ich drücke noch mal. Klar, ich mach mal ein bisschen rum. Kein Weihnacht. Was macht das Ding? Leidlich ist ja auch noch was zum... Ja, ja, hab ich Ihnen gerade gerückt. Du musst halt das gerückt. Und definitiv mehr Rotes Geh. Mehr Rotes Geh, okay. So, jetzt pass auf. Jetzt geht's ab. Du rennst jetzt hier drin rum. Aha. Achtung, auf die Plätze, fertig, los. Ich muss jetzt überlegen, in welcher Rhein folge ich das mache. So. Wie ist es nicht da rüber? Ich bin hier drüben, ja. Nein, ich bin runtergefallen. Beeiligt. So, jetzt bin ich hier, wo ich jetzt, was jetzt? Würfel. Würfel, ich seh keinen Würfel. Ja, hier an der Klappe. Wo die Würfel im Portal schon immer rauskamen. Ach, da hinten. Nein! Das ist zeitlich bedingt. Nein, ich mach das so Spaß runter. Aha. Und hierhin flitzen und snipen und zurückflitzen und Würfel holen. Ja. Du kommst es einfach da runter. Ja, ja, ja. Ja, wunderschön. Ja, ja, ja. Ich hab den Würfel. Ich hab ihn, ich setz ihn rein und versenkt. Falls ihr beunruhigt seid wegen der Menschen, nicht alle sind Monsters. Was? Ich hab Portal 2 damals mit dem Random durchgespielt und er war acht Jahre alt und er war hilfreich. Eine Million gute Testsubjekte kommt etwa in ein Monster. Doch. Oh. Ich glaub ein Spanier war ja das. Ich bin mir nicht sicher. Ich find das schon sehr belustigend. Ja, Lieblingsdome und so weiter ist schon recht. Ja, du darfst nur mitspielen, weil du mein Bruder bist. Wie ärger von Mama. Man liegt gleich hinter der